In dieser Folge widmen wir uns dem Aufbau des vorderen Kotflügels des Matfor-Prototypen von 1937. Die Form des Fahrzeugs ist sehr komplex und daher werden wir den vorderen Kotflügel aus verschiedenen Teilen aufbauen, die am Ende mit Wick-Schweißnähten zusammengefügt werden. Auch hier werden wieder flexible Formschablonen der einzelnen Segmente angefertigt. Damit die eingezeichneten Informationen der Formschablone auf das umgeformte Blech übertragen werden können, werden maßgebliche Punkte mit einer Lochstanze aus der Schablone ausgestanzt. So werden später die wichtigen Markierungslinien oder Passermarken übertragen. Die Schablone wird auf das Blech übertragen und mit etwas Zugabe zugeschnitten. An der Rollenstreckmaschine wird über die obere Rolle ein Gummiband gezogen. Wenn man die Kotflügel an der Stelle betrachtet, ist an dieser Stelle eine Rundung mit einer sehr weichen Wölbung zu erkennen. Der Rest des Teils ist eben. Das Gummiband rundet das Blech, ohne das Blech zu strecken. Dadurch entsteht erst einmal eine Wölbung im Blech. Das grob vorgeformte Blech wird testweise angehalten und die Passerform geprüft. Natürlich passt das Blech noch nicht. Um die nächsten Umformarbeiten vornehmen zu können, benötigen wir noch weitere Formschablonen. Über die Löcher in der flexiblen Formschablone werden die Markierungspunkte für die Radienschablonen übertragen. An der Streckmaschine werden Alustreifen so weit gestreckt, dass die eine Seite der Alustreifen genau an der Form entlang der Passerlinien anliegt. Immer wieder werden die Schablonen angelegt und geprüft. Die Schablonen werden für jede Passerlinie angefertigt. Im nachgefertigten Blech fehlt noch die Wölbung im oberen Übergangsbereich. Diese Wölbung wird am Sandsack in das Blech getrieben. Da die Wölbung nur sehr leicht ist, wird das Blech nur sehr weich in den Sandsack getrieben. Es wird die stumpfe Seite des Treibhammers verwendet. Die entstandenen Unebenheiten werden wieder an der Rollenstreckmaschine geglättet. Die untere Rolle entspricht der zu erzielenden Wölbung, also nur eine sehr leicht gewölbte Rolle. Bei mittlerer Spannung wird das Blech in weichen, langen Zügen durch die Rollenstreckmaschine geführt. Zwischendurch wird immer wieder die Radienschablone angelegt. Dadurch erkennt man sehr schnell, wo das Blech noch nachgefertigt werden muss. In unserem Fall fehlt noch etwas bis zur finalen Wölbung. Daher wird das Blech nochmals etwas in den Sandsack getrieben. Auch an das vorgeformte Blech kann die Radienschablone angelegt werden. So arbeitet man sich an die grobe finale Form hin. An der Rollenstreckmaschine wird die Grundform des Blechs dann finalisiert. Dies erfolgt bei leichtem Druck und in alle Richtungen. Dies ist wichtig, damit das Blech nicht nur in eine Richtung gestreckt wird. Die Form des ersten Blechteils ist erreicht. Als nächstes wird das anschließende Blechteil geformt. Das ist wichtig, damit das Blech nicht nur in eine Richtung gestreckt wird. Das ist wichtig, damit das Blech nicht nur in eine Richtung gestreckt wird. Das ist wichtig, damit das Blech nicht nur in eine Richtung gestreckt wird.